Hallo. Kann man das bitte mitmachen? Das ist ein wenig komisch. Das ist ein wenig komisch. Das ist ein wenig unangenehm. Ist das... Wie lange bist du angegangen? Ja, mit den Eltern zusammen. Ja, ist gut. Ich würde jetzt gerne mein Zeug verraumen. Verstehst du? Also weisst du, am Anfang habe ich gedacht... Schau, die Kamera hat eine höhere Auflösung wie mein Gesicht. Was ist das für ein Gabi? Nein. Das ist ein bisschen zu offen. In Thailand sind wir das letzte Mal dran. Ich habe ja auch nicht den Geschmack gehabt. Das ist super gut. Das stimmt. Das Ding, wieso es das mag tragen, das ist eben weil es... Es ist eben eine Fussmaschine. Haben wir alles? Ist die Kamera dabei? Nein. Okay, sag nicht. Das ganze Helle... Carlos Santana ist jetzt nicht... Er ist herzig, aber... Also findest du super, Janik? Sag mal... Was ist das für ein Solo? Fuck you! Nein, es ist fuck you! Ist das Kremiersolo? Das Kremiersolo? Das Kremiersolo. Das ist gerade eins im Fall. Hey, hallo! Im Auto fahren oder bitte anschauen. Das sind ja die... Weisst du, warum Damian mir die Kamera gegeben hat? Nein. Weil ich Kines bin. Ich will mega Scheiss messen. F*** you! Was? Zeig uns jetzt eine Saale. Ähm, wir haben nur die 9 Sekunden Speicherplatz. Willkommen! Wieso weisst du? Manchmal ist es etwa mit Statistiken nicht gelaufen. Wo sind die Checks? Wo sind die Checks? Es ist halt schon saudunkel hier drin. Ja. Rot! So spannend! Na hallo, das ist ja mega froh, dass du ein Kind bist. Und nicht dein eigener ist. Was weisst du, Jönin? Es ist Blond. Was es ist? Rafi hat gemeint, er ist sich nicht sicher, dass es Piss war. Oder wenn es WC ist. Weiss ich nicht, was er weint. Ich bin der Sosch da. Es ist ein Kind. Ich bin der Sosch da. Wer ist ein Kind. WC ist ein Kind. ... ... ... ... ... ... ... ... Sebastian, improvisiere mal! ... 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 Das ist der Affe gerade. Und wenn sie keines bleiben, dann... Dann kommt man bald raus. Sonst ist der Affe nicht. Schade. Ja, fast schlappt. Drei, zwei, eins, vier. Wir haben versucht. Das ist vorhersehbar gewesen. Ja. Wir tun wieder Musiker und hören auf dich.